So Leute, ich hab's tatsächlich getan. Ich hab tatsächlich das erste Mal, also ich hab ja in meinem Leben einmal einen YouTube-Kanal gegründet, der lief ja jetzt ganz gut mit 3, ich weiß nicht wie viele Millionen Abos, und jetzt hab ich das erste Mal etwas getan, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal mache, ich habe einen neuen YouTube-Kanal gegründet, von zwei Figuren, wo ich denke, die könnten vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal gebrauchen, weil das Feedback von euch so geil war, da hab ich mir gedacht, die müssen einen eigenen YouTube-Kanal haben, und zwar Didi und Kalle. Oh, halt auf, du. Schlemm. Freu mich auf, du. Didi und Kalle bekommen jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal, der ist jetzt schon online, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr sagt, ihr findet Didi und Kalle lustig, dann klickt gerne jetzt auf diesen Link, und dann unbedingt abonnieren, und unbedingt die Glocke aktivieren, bitte, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, und dann werdet ihr kein Video mehr verpassen von Didi und Kalle in der Kreisliga. Wenn ihr Freunde habt, wo ihr wisst, die finden Didi und Kalle auch lustig, dann schickt denen sehr, sehr gerne dieses Video hier, dass sie auch schon diesen Kanal abonnieren, damit wir am Sonntag einen grandiosen Start hinlegen. Sonntag um 12 Uhr kommt nämlich das erste Video, und dann jeden Sonntag um 12 immer wieder ein neues Video von Didi und Kalle. Wenn ihr kein Fußball mögt, ist es nicht wirklich wichtig, weil die reden sowieso kaum über Fußball, sondern vielmehr über die anderen Probleme, die sie im Leben so haben, von der Ehefrau bis über Kalles neuen Kutter oder andere verschiedene Dinge. Ich würde mich also super, super freuen, wenn ihr jetzt diesen Kanal abonniert, meinen neuen YouTube-Kanal. Das ist total witzig, ich kann nämlich zum Beispiel noch nicht mal irgendwie Monetarisierung einstellen, das heißt, ihr seht diese ganzen Videos auch noch ohne Werbung, weil das alles neu ist. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Schickt dieses Video gerne weiter an Freunde, damit die auch diesen Kanal abonnieren, und dann Sonntag um 12 Uhr geht's los. Und dann gibt es ab jetzt unfassbar drei Videos in der Woche. Es gibt Mittwoch Helga und Marianne, es gibt Samstag den Sketch, und Sonntag gibt es dann nochmal Didi und Kalle. Aber damit ihr diese Videos nicht verpasst von Didi und Kalle, unbedingt jetzt abonnieren und die Glocke bitte aktivieren. Vielen, 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 vielen Dank. Ich werde jetzt mal schauen, was da so los ist auf dem Kanal. Und ja, ich freue mich sehr. Sagt doch mal, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Interessiert mich sehr. So, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Bis dann, tschüss.